Hallo, mein Name ist Zugang, meine Damen und Herren, wir versuchen heute Länder anhand von Emojis zu erraten. Ich liebe diese Videos. Oh mein Gott. Glock. Glock. Marcel. Glock. Georgien. Belgium. Oh mein Gott, das ist doch auf Englisch, ich dummer Idiot. Belgium. Stimmt, Bell, Glocke und Jim. Okay, das heißt wir müssen, okay, wir müssen auf Englisch denken. Land Nummer 2. Soap Money. Soap Money. Soap, oder ist das ein Schwamm? Sponge? Sponge? Cash? Was soll das sein? Germany. Oh mein Gott, Germ. Gem. Ist doch, ähm, Bakterie oder irgendwie sowas. Und was ist, Many? Money. Oh mein Gott. Germ. Many. Ja, Many könnte man eher ganz viele Leute hinpacken. Aber gut, okay, wir müssen ein bisschen dumm denken. Ah, gut. Bisher noch keinen Punkt, denn es ist in Ordnung. Land Nummer 3. Any idea? Frunning. France. 100%. Wir haben einen Ass. Nee, ist kein Ass. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Run. France. France. Was ist dann das Ende? Ands? Ist doch egal. Country's Name. Aids. Of Spain? Nee, wie heißt das? Äh, da haben wir auf jeden Fall richtig. Poop Island. Poop Island. Poland. Oh mein Gott. Poland. Ey, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben eins aus vier erst. Nächstes Land. What do you think? Iceland. Island. 100%. 100% Island. Komm, zeig's mir. Aber warum ist rechts Land? Das ist doch ein Island. Iceland. Iceland. Ja, okay. Nehmen wir. Nächstes Land. Next question. Canada. Oder was ist denn das links? Linker. China. Chin. Chin. Oh, bro. Okay, wow. Wir müssen ganz, ganz weit denken. Es ist aber auch wirklich wenig Zeit. Ill. Sil. S. S und ill. Sick. Sick. Sil. Sil. Was soll das sein? Spain. Wegen pain? Oh, bro. Der macht doch irgendwie, wenn er sich sein Knie hält oder je. Oh, man. This country is too easy to guess. Japan. J. Pan. Auf Amerikanisch, also auf Englisch. J, der Buchstabe. Und Pan, die Pfanne. Oh, mein Gott. Ja, okay. Wir müssen dumm denken. Japan. Ja, okay. Nächsten kriege ich raus mit Ansage. Next question. Cube. Kuba. Cube, ey. Cuba. Cuba. Ich weiß nicht genau, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, aber es ist auf jeden Fall Cuba. 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 Oh, mein Gott. Ich bin so da. Wir müssen richtig drum denken. What about these emojis? Fishland? Fish. Swimland. Fishland. Was soll das? Das kenne ich nicht. Finland. Das akzeptiere ich nicht. Seit wann heißt ein Fisch denn Finn? Land Nummer 11. Ich weiß nicht, was Oberschenkel auf Englisch heißt. Blackland. Ich habe keine Ahnung. Was ist ein Oberschenkel? Thailand. Thailand. Thai. Oberschenkel heißt Thai. Singapore. Singapore. Und, oh mein Gott, ich dachte gerade, was das gießt kann, aber da geht es ums Ausschütten wieder. Singapore. Singapore. Oh, wow. Man muss so dumm denken bei diesem Video. Ukraine. Ukraine. Oh, Digga. Oh mein Gott. Wow. Ja, okay. Das ist so ein Video wert. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Das tut mir leid. Ich dachte auch, es ist auf Deutsch. Oh, Beard. Oh, Beard. Oh, Beard. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, wow. Ich bin da. Honey. 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 You. You, girl. Portugal. Was? Land Nummer 16. Pedalmania. Boatmania. Romania. Row? Mania? Row. Oh mein Gott. What's your guess? Kanada. Wingen Can. Oh mein Gott. Ich wäre schon mal da, aber da war ich nicht. war leider Kanada. Das ist wirklich Quatsch, ne? Hey, Digga. Dieses Video nervt so doll. Thai Truck. Thai. Ist es Thailand? 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 Das ist ja rechts kein Land. Taiwan. Taiwan? Wo ist es? Taiwan. What about these Emojis? Market Tea. Grocery. George. George. Gross. How's the Browsery. Molly. Mall. Oh mein Gott, Digga. Any guess? Licker? Tang. Tang. Tanga? Keine Ahnung. Any ideas? Warte, was war Tonga? Das habe ich auch noch nie gehört. Äh, Cave Check. Cave. Cave. Tick. Cave. Cav. Denmark. Denmark. Ich habe keine Ahnung, warum denn? What about these Emojis? Bro. Ireland? Ich glaube, Irland, ja. Wegen Iron. Ireland? Ireland. Ey, es ist so dumm, dieses Video. Es regt mich so auf. Keep going. Grönland. Greenland. Green, Green Eyes. Green Eyes? Green? Greece. Greece? Oh, wegen Eis. This is a difficult one. Die sind alle bisher difficult. View. Blank. Ähm, was tapp ich? Ähm. Was heißt nochmal tapp? Oh mein Gott, was heißt Tapp? Das will ich jetzt wissen. Curtis? Surface. Was ist nochmal ein Teppich? Oh mein Gott. Curtain? Nee, das ist... Das ist der Fall. Ruck. Uruk. Uruk Street. U... U... Uru... 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 Uru-Duck? Nee, das ist ein Getränk. Uruk. Uruk... Uruk... Ha... Way. Uru... Uru-Gweib. 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 Wenn ich diese Zeit habe, dann bin ich da. Dann bin ich sowas von da. Aber die habe ich leider nicht. Spicy? Ähm... Pepperoni? Pep... Paprika... Papri? Ich lasse mir kurz die Zeit. Paraguay. Pe... Was ist das? Chile. Chile. Das ist eine Chili. Chile. Chile. Oh mein Gott. Gebt mir die Zeit und ich bin da. Wir haben wieder Mall und Swimmen. Mall Dive. Malediven. Wegen Dive. Tauchen. Malediven. Oh mein Gott, ja. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es schon krass. Ich weiß, wir sind alle nicht englisch Muttersprachler. Ähm... Sweet Cave. Swee... Sweden. Ich wusste nicht, dass das rechts den heißt. Ich dachte, das wäre eine Cave, eine Höhle. Sweden. Oh mein Gott, so sind wir da. Wir sind so da, Leute. Turkey. 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 Oh mein Gott. Türkei. Geh... Lasst... Ja, lasst mich reinkommen, Leute. Dann bin ich drin. Turkey. No sexual. Ähm... Any guess? Newspaperland. Megaland. Magazinland. Lasst mich kurz nachdenken. Wir haben eine Zeitung. Eine Zeitung heißt... Newspaperland. Newland. New Zealand. New Zealand. New Zealand. Oh mein Gott. Wann hatte ich zuletzt was falsch, Leute? Ich hoffe, ich in die Kommentare ist, ehrlich gesagt, noch nicht so lange her. Land Nummer 30. Any idea? Q und Time. Q-Time. Q-Late. Q. Q. Wartet. Q eine Person. Q-Stress. Unter Stress. Ähm... Zeitlicher Druck. Q-Time. Q-Less. Q-Stress. Q. Nein. Mir fällt nichts ein. Das... Da muss ich wirklich passen. Q-Wate. Tss. Für mich, diese ganzen Flaggen, die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Irgendwie dieses mit Rot-Weiß-Grün. Warum ist da so viel Rot-Weiß... Also warum hat man in diesem Bereich da unten so viel Schwarz-Rot-Grün-Weiß? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Any guess? Any guess? Mail-Dia. In-Box-Dia. In-In. Nicht In-Box-Dia, sondern In-Dia. Indian. Wir haben Indien. Oh mein Gott, ich wollte vorhin erst sagen, dass ihr bitte einen Daumen runter geben könnt bei den Videos. Es ist mir komplett egal, weil ich finde es selber kacke. Aber mittlerweile komme ich klar. Das ist Katar. Katar. Kei... Kei-Tar? Katar heißt es, glaube ich, auf Englisch ausgesprochen. Wird einfach gar nicht ausgesprochen. Click on this video. Das war's. Ich war gerade richtig drin. Oh mein Gott, guess the app. Sollen wir das als nächstes machen? Schreibt es da unten in die Kommentare. Zahre.